Ja! Da entsorgen die sozusagen und da sind Körner ein Gewicht. Knoten machen es natürlich nicht. Die nehmen die von Nüsse, von Ternemöten, was ja auch sehr begeistert, das ist Mais oder Kartoffeln, gekocht natürlich die Kartoffeln, oder Brot getrocknet ist. Bekommen sehr selten, aber so bekommen auch alles roh. Geringen Anteil an Obst bekommt, eigentlich hauptsächlich Laubfresser, Grasfresser, dann sind die ziemlich dick geworden. Also wir hatten dann wirklich nochmal 20, 30 Menschen, normal haben die so 80, 90 Kilo die Menschen. Und der dritte Grund, das ist eigentlich der wichtigste Grund, ist der, dass Primaten auch an Diabetes erkranken können. Also nicht nur Menschen haben Diabetes erkranken und da muss man einfach eben mit dem Zuckergehalt vom Futter einfach an den Zug stecken. Von der Menge her ist es so, kann man sich das mal vorstellen, ja, so eine ganz klare Apfelkiste voll, das ist die Tage, wo ausgewachsenes Tier, was sie ganz selten bekommen bei uns, was sie auch gar nicht so toll finden, ist tierisch, ist auch das Rindfleisch. Und komischerweise, früher, wie wir die auf Fliesenboden gehalten haben, also in den alten Anlagen drüben noch im alten Haus, da haben die das sehr gerne gefressen, die Schephanzen, und jetzt immer rumkrabbelt und die da auf Suche sind, sondern wir wissen den Kunden nicht, also sie mögen es nicht mehr. Bei uns, ich komme wieder, es ist genau so. die Futter ist so. Die Futter ist so. Der Kredit ist so. Der Kredit ist so. Die sind so. Quatschen. Schöne Es gibt die Prätssäcke. Oh, ja, ich bin hier. Wie ist es, was ich sehr hübsche? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, look at how beautiful that tiger is. Look at the other tiger's looking. Yeah, go watch. We went to the zoo and checked the public over there. Uh-huh. And they had tiger babies and lion babies. Oh, look at that. Mama, they're really good. Yeah, I think they're good. Oh-oh. 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 Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. Ich mach einen Bier, das pick Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020